Die Ampelkoalition hat gerade ihren Koalitionsvertrag vorgestellt und natürlich haben wir als AfD den bereits quer gelesen und auch die Pressekonferenz, die ja immer noch andauert, verfolgt. Was kann man da letztendlich einfach nur festhalten? Diese Ampelkoalition wird an den Grundfesten unseres Landes die Axt anlegen und wird sowohl was die Stabilität unserer gesellschaftlichen Ordnung wie auch die Stabilität unserer Versorgung einfach große Gefährdungen einführen. Gesellschaftlich gibt es natürlich den linksgrünen Umbau, der sich abzeichnete. Da ist nichts mehr christlich. Es soll das Werbeverbot für Abtreibungen abgeschafft werden, das transsexuellen Gesetz abgeschafft werden, es soll das Wahlalter auf 16 Jahre abgesenkt werden und ganz wichtig natürlich für die grünen Linken, das ist die Einführung einer Cannabisabgabe für Erwachsene. Naja, dieses Cannabis wird man wahrscheinlich auch brauchen, wenn man im Dunkeln sitzt, denn eine Energiesicherheit wird es mit dieser Koalition nicht geben. Bis 2030 soll der Kohleausstieg bereits vorgezogen werden. 80 Prozent der Energieversorgung soll dann aus regenerativen Energien kommen, aber keiner kann beschreiben, wo diese regenerativen Energien denn herkommen sollen. Also 80 Prozent klingen ja nett, aber Windräder und Solaranlagen werden es eben nicht bringen. Und dann stellt sich aber ein Walter Bojans hin und sagt letztendlich, dass wir dafür private Investitionen bräuchten. Also private Investitionen und öffentliche Investitionen, um diesen Klimawandel Politikmist zu finanzieren. Allerdings wird es eben halt keine Investitionen geben, wenn es keine Rendite gibt. Und diese Technologien werfen keine Rendite ab, weil sie einfach, naja, nicht gut sind. Und wenn sie nicht gut sind, dann werden sie auch unser Land nicht versorgen. Das ist der Teufelskreis. Also diese ganze Ampelkoalition braucht private Investoren. Sie braucht massenhaft öffentliche Gelder. Die öffentlichen Gelder werden wahrscheinlich weiterhin gedruckt, auch wenn sich Lindner immer noch so hinstellt und es so tut, als sei es finanzielle Stabilität garantiert. Aber gleichzeitig ist man eben auf private Gelder angewiesen, die nicht fließen werden, weil private Gelder eben nur in Investitionen fließen, die sich auch tatsächlich lohnen und die funktionieren. Und insofern ist diese Ampelkoalition im wahrsten Sinne des Wortes eine Fehlinvestition in unser Land. Denn schließlich werden wir vier wichtige Jahre verlieren. Wir werden vier Jahre verlieren, in der zum Beispiel eine vernünftige Einwanderungspolitik, Migrationspolitik gefahren werden könnte. Vier Jahre, in denen die Familien gestärkt werden hätten können. Vier Jahre, in denen man aktiv dazu hätte beitragen können, dass es zum Beispiel wieder mehr Geburten gibt, dass es finanzielle Sicherheit für unsere Familien gibt und dass damit auch das große Problem, was insbesondere ab 2025 bei uns im Rentensystem auf uns zukommt, dass man das ein bisschen abfedern könnte. Mit der Perspektive zumindest, dass man Nachwuchs hat. Nachwuchs wird es nicht geben. Der wird bei links, grün und gelb eben abgetrieben. Dafür versucht man sicherlich mit Massenmigration dieses Problem zu beheben. Und wenn wir uns angucken, wie die Ressorts verteilt werden, dann verspricht das tatsächlich nichts besonders Gutes. Also wir wissen ja, dass Annalena Baerbock Außenministerin werden soll. Eine Frau, die es nicht mal schafft, ein eigenes Buch zu schreiben, ohne zu plagiieren, die ihren Lebenslauf erfunden hat. Sie wird nicht die Souveränität haben bei ausländischen Gesprächspartnern, um tatsächlich eine vernünftige Verhandlungsposition Deutschlands darzustellen. Dieses neue Superministerium für Wirtschaft und Energie soll an die Grünen gehen. Wahrscheinlich mit Robert Habeck besetzt, genauso wie Anton Hofreiter Verkehr machen soll. Und da muss man auch ganz offen sagen, diese Wirtschafts- und Energiepolitik, die die Grünen betreiben, das wird eine Wirtschaftsabschaffungspolitik werden. Das wird eine Wohlstandsvernichtung werden. Da werden auch im Endeffekt die SPD-geführten Ministerien, insbesondere Arbeit und Soziales, überhaupt nichts daran ändern können. Diese ganzen Sozialtöpfe, die da vielleicht eingerichtet werden, die werden eben niemals das auffangen können, was tatsächliche Wertschöpfung ist. Immer mehr Leute landen an der Nadel des Staates. Und zwar finanziell, was Impfangebote betrifft, was Drogen betrifft, weil schließlich ja Cannabis im Endeffekt auch offen legalisiert wird. Der Staat nimmt seine Bürger an die Nadel. Das ist die Politik von Rot-Grün. Ja, und jetzt eben auch Gelb, die sich ja ganz offen zu dieser Koalition bekennen, die das ganz offen mittragen, die das ganz offen bewerben und die dieses Land ganz offen in die Krise treiben werden. Es wird keine gute Zeit für Deutschland werden. Es wird eine schwierige Zeit für Deutschland werden. Aber wir als AfD, wir stehen selbstverständlich als Opposition jederzeit bereit, diese Lücken aufzuzeigen, diese Regierung zu kritisieren, aufzudecken, wo alles Schweinereien sich verstecken und natürlich auch jederzeit eine Regierungsoption mit unserer Beteiligung anzubieten, die tatsächlich konservativ, die tatsächlich fortschrittlich, die tatsächlich gut für unser Land wäre. Diese Ampelkoalition mit diesem Personal ist es ganz sicher nicht.